Eigentlich bin ich nur am Essen, dann bin ich zufrieden. Meistens esse ich nur ein Bonbons, aber manchmal auch, also ziemlich oft auch, stecke ich mir mindestens 5 Bonbons in den Mund. Hmm, lecker. Und ja, der Mund muss voll sein. Ohne Essen werde ich zufuri. Ich habe eigentlich immer Hunger. Als ich nichts anderes Essbares gefunden habe, weil ich das davor schon alles aufgefuttert habe, habe ich mir Klopapier genommen und habe mir Kakao-Zucker gemacht und das habe ich dann aufgegessen. Meine T-Shirts sind eigentlich Nachthemden. Aber fällt ja nicht auf. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020